Das Dresdner Unternehmen Schilling & M. Grebner war ein gemeinsames Architekturbüro der miteinander assoziierten Geschäftspartner Rudolf Schilling und Julius Grebner. Unter der Führung dieser beiden Architekten existierte es zwischen 1889 und 1917, bestand aber anschließend noch bis 1947 weiter, zuletzt unter Grebners Sohn Erwin. In dem Büro, das sich zunächst vorwiegend dem Historismus und später dem Jugendstil und der frühen Moderne verschrieb, entstanden Pläne für viele hauptsächlich sächsische Bauwerke, so mehrere erwähnenswerte Kirchen, Dresdner Villen, Verwaltungsbauten und ganze Siedlungen. Eines der bedeutendsten Werke der Architekten ist die Christuskirche in Dresden-Strehlen, die als erster moderner Kirchenbau Deutschlands in der Nachfolge des architektonischen Historismus gilt, kennenlernen und zusammenwirken. Das Architekturbüro Schilling und M. Grebner wurde im Jahre 1889 von Rudolf Schilling und Julius Grebner gemeinsam gegründet. Beide hatten sich im Alter von jeweils etwas mehr als 20 Jahren um 1881 während ihres Architekturstudiums am Dresdner Polytechnikum kennengelernt. Auch als sie nach dem Abschluss ihrer Ausbildungen zunächst wieder getrennte Wege gingen, verloren sie sich nicht aus den Augen. Zumal sie Mitte der 1880er Jahre beide in Berlin bei zwei verschiedenen Büros arbeiteten. Die beiden etwa gleichaltrigen Architekten ergänzten sich sehr gut. Zusammen waren sie leistungsfähig und sehr flexibel. Dies äußerte sich in der Tatsache, dass sie nicht nur vielschichtige Bauaufgaben wahrnahmen, sondern dass diese auch große stilistische Unterschiede aufwiesen. Schilling als Sohn des bekannten Bildhauers Johannes Schilling brachte dabei das notwendige Startkapital, sowie Kontakte zu zahlreichen potenziellen Auftraggebern ein. Die Stärke Grebners war hingegen eher das künstlerische Gestalten. Gemeinsam stellten sie in ihrem Unternehmen mehrere ausgebildete Architekten an, so unter anderem vorübergehend auch Oswald Biber, Heino Otto und Johannes Rascher. Ihre größten Konkurrenten waren William Lossow und Fritz Schumacher. In der damaligen Zeit standen Schilling und Grebner als führende Baurete der fünftgrößten Stadt des Deutschen Reichs in der ersten Riege der deutschen Architekten und galten besonders als Experten für den zeitgenössischen protestantischen Kirchenbau. Angeregt wurden sie in ihrer Arbeit auch durch Vorschläge von Franz Wilhelm Dibelius und Cornelius Gorlitt. Stilistischer Werdegang Zuerst vertraten Schilling und M. Grebner den spätes Tourismus in Dresden. Ihr erster Bauauftrag, das 1891 fertiggestellte Rathaus der damals selbstständigen Gemeinde Pischen, zeigt deutliche Züge der deutschen Renaissance. Ebenso wie die ab 1891 errichtete Villa Muttersiegen in Blasewitz oder die Lutherkirche in Radebeul. In den letzten Jahren vor der Jahrhundertwende entwarfen Schilling und M. Grebner dann auch neobarocke Gebäude. Wie für Hermann Ilgen im Jahre 1896 die Kasekunden 1945 zerstörte Geschäftshaus Kaiserpalast am Plenarschen Platz. Ebenfalls neobarock gestalteten sie im Jahre 1895 die Innenräume der nach einem Brand zerstörten Schellenberger Stadtkirche St. Petri sowie um 1900 die der Dresdner Kreuzkirche. Bei letzterer zeigte sich aber auch ein großer Jugendstileinfluss. Schilling und M. Grebner vertraten lange Zeit die Ansichten der Heimatschutzarchitektur. 1899 kauften Schilling und M. Grebner im heutigen Radebeuler Stadtteil Niederlösnitz das große Weingutsanwesen Altfriedstein auf und entwickelten Das Gelände unter Anlage von Straßen und Parzellierung der aufgelassenen Weinrebflächen zur Villenkolonie Altfriedstein. Dazu rissen sie den Westflügel des Herrenhauses sowie alle Nebengebäude des Weinguts ab und gestalteten den Westgiebel des stehen gebliebenen Ostflügels um. Unter anderem bauten sie dort einen Fußgängerdurchgang durch die Gebäudeecke des Erdgeschosses. Ab 1902 bis zum Ersten Weltkrieg errichteten sie dort zahlreiche Villen und Landhäuser, etliche davon im Stil der Reformarchitektur. Schilling und M. Grebner versuchten nach einer Zäsur um das Jahr 1902 den Historismus zu überwinden und wendeten sich mehr der Moderne zu. Was aber besonders im Kirchenbau durch den dort gültigen Eisen nachher regulativ schwierig war. Erste Anzeichen der Moderne sind die in den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts für den Dresdner Spar- und Bauverein errichteten Wohnhäuser mit ihrer sparsamen Fassadenausstattung und hohen Funktionalität. Die Christuskirche in Strehlen erbaut 1903 bis 1905, geht bereits weit über den Jugendstil hinaus und weist den Weg zum modernen Kirchenbau des 20. Jahrhunderts. Der ebenfalls sehr deutlich am Beispiel der 1945 zerstörten Zionskirche in der Dresdner Südvorstadt errichtet zwischen 1912 und 1914. Zum Ausdruck kommt allerdings experimentierten Schilling und M. Grebner auch gern mit Stil gemischen. Fortbestand nach 1917 Nachdem Julius Grebner 1917 verstorben war, wurde das Architekturbüro gemeinsam von seinem Sohn Erwin Grebner, der im Oktober 1918 nach dem Ersten Weltkrieg von der Front zurückkehrte und Rudolf Schilling weitergeführt. In dieser Zeit kamen weitere Pläne für größere Bauwerke wie die Kriegersiedlung in Trachau und die zur Großsiedlung Trachau gehörende Bebauung der Westseite der Eichner Straße zur Ausführung. Rudolf Schilling starb im Jahre 1933 und Erwin Grebner führte das Büro, dessen Gründer nun beide nicht mehr am Leben waren, fortan allein. Er entwickelte in dieser Zeit unter anderem die Pläne für mehrere Gebäude der Leipziger Kammgarnspinnerei, die 2007 gesprengt wurden. Im Jahr 1947 wurde das Architekturbüro Schilling und M. Grebner geschlossen. Ausgewählte Werke Das Büro Schilling und M. Grebner hinterließ ein recht breit gefächertes Werk, was sich sowohl in den verschiedenen von ihnen entworfenen oder errichteten Gebäudetypen als auch in den unterschiedlichen historisierenden bis modernen Baustilen niederschlägt. Willen Goetheallee 24 Blasewitz Baubeginn 1891 Neorenaissance Goetheallee 26 Erbaut 1891 1979 Ausgebrannt und abgerissen Kaiserstraße 82 Dresden Plauen Erbaut 1891 1999 Denkmal gerecht saniert Bartel des Platz 2 Blasewitz 1893 Neorenaissance Heute Sitz der Bürgerstiftung Dresden Goetheallee 43 Blasewitz 1894 Verschiedene Stilformen Via Rautenlehen für Gerhard Hauptmann Hochruferstraße 12 Blasewitz 1899 bis 1900 1945 zerstört Hähnlstraße 13 Johannstadt Landhausartiger viergeschossiger Bau zerstört Degelestraße 3 Weißer Hirsch 1901 Neobarock Landhaus Lindenau Straße 1 1916 1917 Via Würzburger Johannstadt 1910 Stadthäuser in Dresden Kaiserpalast 1896 Neobarock am Pernagenplatz in Dresden 1945 zerstört Leipziger Straße 32 34 Leipziger Vorstadt Wohnhäuser für den Dresdener Spar- und Bauverein 1901 sparsam dekoriert und funktionalistisch Kirchenluther Kirchenluther Kirche Radebeul Neorenaissance 1891 Kirche St. Petri in der Stadt Schellenberg Innenausbau 1895 Neobarock Entwurf für den Neubau der Kirche in Leuben 1898 Zweite Preis nicht ausgeführt Innenausbau Kreuzkirche nach Brand 1897 bis 1900 zerstört Reste erhalten Turm Neubau Evangelische Kirche in Bergen Kirche der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Mittel-Langenau 1902-1916 zur Pfarrkirche erhoben 1979 abgerissen St. Lutherkirche in Zwickau Jugendstil Ziegelbau 1906 als Garnisonkirche errichtet Evangelische Pfarrkirche in Schinkel bei Osnabrück Evangelische Pfarrkirche in Räumtengrün bei Auerbach Fugtel Großwohnsiedlungen in Dresden Kriegersiedlung Dresden-Trachau 1921-1926 Großsiedlung Trachau gemeinsam mit Hans Richter, Hans Waloschek und weiteren 1928 bis 1939 insbesondere Häuserzeile Aichener Straße Rudolf Schillinghäuser an der Holbeinstraße und der Tittmannstraße Heute Wohnungsgenossenschaft Johannstadt Siedlung Reich gemeinsam mit Rudolf Bitz an und weiteren Andere Bauten und Entwürfe Erweiterung der Anlagen der Heilanstalt Sonnenstein in Pirna Rathaus Löbtau 1896 bis 1898 zerstört Deutsche Kunstausstellung 1897 in Dresden Entwurf eines Restaurationsgebäudes in Form eines japanisierenden Rokoko-Pavillons Hotel Radkeller Schwarzenberg Deutsche Kunstausstellung 1899 Entwurf für das Portal zur Abteilung Kunstgewerbe und Großer Saal nicht erhalten Weinsalon Stadt Gotha Schlossstraße 11 1900 Dresden Altstadt zerstört Kaffeeladen Max Törner im Viktoria Haus Weisenhausstraße Dresden Altstadt 1901 zerstört Ausstellungsstand für die Ruhrasche Kunstziegeleien GmbH Keramische Kunstwerkstätten Richard Mutz und M. Roter GmbH aus Lignitz auf der 2. Deutschen Ton Zement- und Kalkindustrie Ausstellung in Berlin Kurzentrum Bad Gottläuber 1909 bis 1913 34 Jugendstilgebäude Wettinbrunnen in Waldheim